Raus aus dem Haus, rein in den Garten. Oder besser noch in den Asia-Park Leoben, denn dort findet vom 12. bis zum 14. Mai ein Gartenzauber im wahrsten Sinne des Wortes statt. Der Kiwanis Club veranstaltet in der AU zum 12. Mal die beliebte Charity-Gartenausstellung, um Kinder zu unterstützen. Der Kiwanis Club Leoben ist ein Wolltätigkeitsverein in Leoben, der seit 45 Jahren Kinder, die benachteiligt sind in der Region, unterstützt. Und der Gartenzauber ist unsere größte Veranstaltung und der findet heuer bewusst am Muttertag statt, weil wir wollen gerade am Muttertag Kinder unterstützen, die eben keine Mütter und keine Familie mehr haben. Bei rund 40 Ausstellern kann man sich also drei Tage lang Ideen und Inspirationen holen, Pflanzen und Kunsthandwerk ersteigern, das Musik- und Kinderprogramm erleben und Speisen und Getränke genießen. Außerdem wartet noch ein Gewinnspiel auf die Besucher. Unterstützt wird die Veranstaltung von Asia Spa und der Stadt Leoben. Wir unterstützen finanziell mit einer Subvention und mit Dingen, die Kiwanis von uns brauchen könnte und natürlich mit der Pressearbeit. Wir werden trommeln, wo es geht, dass die Besucher und Besucherinnen gerade am Muttertagswochenende hierher kommen. Der Erlös kommt heuer ans Down-Syndrom-Zentrum Leoben Hinterberg und ans SOS Kinderdorf Stübing. Neuer geht der Erlös ans Down-Syndrom-Zentrum, dass mit diesem Geld speziell ein Junge, nämlich der Lukas, der sieben Jahre unterstützt wird für ein ganzes Jahr. Und der zweite Teil geht an SOS Kinderdorf. Dort wird ein Workshop für gesunde Ernährung gesponsert. So hoffen wir, dass viel Geld für die Kinder zusammenkommt, wünschen Lukas und den Kindern des SOS Kinderdorfs nur das Beste und ihnen, dass sie sich auch Tipps und Tricks für eine grüne Oase holen können. Ich freue mich eigentlich, weil ich bekannterweise eher den braunen Daumen habe und ich werde mir ganz viele Tipps holen, damit auch bei mir der Balkon etwas ansehlicher wird.